Höchste, viel zu heimisch. Eins. So, jetzt. Aha. Muss ich mit einmal durchmachen? Ja. Muss ich hier raufgehen? Nee, oder? Von der anderen Seite am besten. He, he. Zwei? Drei. Ach so, ja. He, he, he. Gut. Hier nennt man das ganze Schwarzlicht-Mini-Golf. Spielen wir hier heute. Ich hab jetzt gerade hier, weil ich vier Schläge drin hatte, gebraucht. Und sechste darf ich. Ab sieben ist Game Over. Und jetzt ist Schosi dran. Also du musst richtig doll mit Schwung. Na, na so natürlich nicht. Also das war jetzt Nummer eins. Na klar, du musst schon ein bisschen mehr mit Gefühl. Ja, ja, gut. Super, super, super. So. Also das ist jetzt die erste Bahn. 18 Bahnen haben wir vor uns. Und ich bin echt gespannt, ey. Warte, warte, warte. Ja, ja, da sind noch Löcher, extra Löcher drin. Aber du musst eben den größeren schaffen. Also wenn das geht, ja. Ja, mach mal. Wir wollen heute noch fertig werden. Ja, das war jetzt Nummer drei, wa? Ja. Na ja, auch mit dem vierten Loch sein. Fünf. Ich bin Kindister. Der im переп ENGAGE crap war ein Futter. Ich würde das nicht wiederholenig. Was ist das? Okay. Was ist das? Also wir spielen nach Schulzey-Regeln. Ne, nach unseren Regeln und wenn der Ball raus und wieder reingeht, dann ist das halt so. Dann ist das so. Ja. Und dann ist das richtig. Wenn der wieder drin ist und da liegt, dann liegt der wieder am Fein. So, sind jetzt wieder raus, sind fertig, haben auch sehr gut gespielt, habe auch da wo es geht immer eine 7 gemacht, also 7 Punkte bekommen, was so viel heißt wie total versagt. Ab und zu habe ich mal 5 Punkte gemacht, insgesamt die Punkte werden wir nicht zusammenrechnen, ich glaube die lohnt sich bei mir nicht. Schauen wir sie. Wechnen es jetzt dein zusammen? Ja. Wie viele Punkte hatte ich? 86. Ich habe 86 Punkte Leute, das ist nicht gut. Aber ich denke mal, Schulzey wird weniger Punkte haben. Du kannst ruhig bei deinem Meisterwerk stehen bleiben. Wieso? Hast du alles drauf? Ja. Was ist da jetzt drauf? So wie immer, wa? Ja. Es ist also so eine Pizza wie immer. Eine so wie immer Pizza ist das. Sie kommt jetzt in den Ofen, wie lange braucht sie dann? 20 Minuten. 20 Minuten, also in 20 Minuten können wir essen. Gut. Dann können wir auch dann bald den zweiten Film noch angucken, den zweiten Horrorfilm. ja, sieht gut aus. Der Ofen hetzt auch schon vor. Was haben wir das jetzt? 20 Uhr 58, also 21 Uhr gleich. Na ja, können wir um halb zehn essen. Das sieht gut aus. Das ist eine gute Zeit zum Essen. So, was haben wir jetzt? 21 Uhr 19, Pizza ist fertig und die sieht diesmal richtig gut aus. Also so gut ist uns die Graube bis jetzt noch nicht gelogen. Na ja, damit die auch richtig schön schmecken, hoffentlich. Ach, wird schon. Passt schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.